Das Intro zum Auto. Ne, ihr seht jetzt das Pole Workout im High Five Isalon, wie ihr gerade im Hintergrund seht. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Das Intro zum Auto 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 So, Pole Workout Meal Quest Bar, Chocolate Chip Cookie und die geilen Honig Reiswaffeln von all Natur, weil die sind echt gut, weil sie nicht so viel Fett haben, sondern nur 2,500 Gramm. Die haben ganz andere Reiswaffeln mit Überzug, die sind mega fertig für High Carb, Low Fert nicht geeignet. Und jetzt haben wir gerade nochmal geguckt, ob wir alles an Bord haben und nehmen wir unser Bettzeug mit. Und was habe ich jetzt gemacht? Und was habe ich jetzt gemacht? Ich habe bei deinen Eltern einfach mal ein Kissen mitgenommen, geklaut. Aber auch nur, weil du mal in Dänemark im Urlaub mein Kissen vergessen hast. Ich habe mal Julias Lieblingskissen vergessen. Ich habe mich in ewige Schande verdammt worden. Und jetzt habe ich aus Panik alle Kissen, die ich in dem Haus finden konnte, alle in den Sack gestopft. Ja, da sind noch ein paar Cheerios drauf. Und naja, jetzt haben wir ein Kissen mehr. So, ich werde ihn erstmal jetzt hier mir gönnen. Ich teile mit uns, würde ich sagen. Krümeln das ganze Auto wieder voll. Und dann fahren wir nach Münster. Und dann fahren wir weiter und dann sind wir wieder in Hamburg. Und dann geht es wieder los am Montagmorgen. Julia freut sich nicht. Aber ich werde dir sehen, vielleicht. Bis zum nächsten Mal.